hallo und eine neue runde genau neue runden braucht das land und schön neblig ist es wieder das ist finde ich nicht so gut neblig und dunkel das ist so da wird es echt schwierig ja hier kann man echt zielen üben das geht eigentlich soweit ganz gut mit kimmel und korn ja wir sind aber zu unterschiedlichen orten gelangt das ist ja auch nicht schlimm ich komme dir mal hinterher alter das war aber knapp der hing mir gerade genau am hinter am hinter ja ich habe auch gerade welche gekriegt sehr schön hier gibt es eine kiste da kann man beide bestimmt nicht nehmen so wo ist denn dieses ding hier hast du ja ist raus so vorsicht alter du hast gleich vorsicht hinterher weg schieße alter du blutest voll was ist denn das hier würde scheiße so warte mal ich hebe dich gleich auf muss das mal hier meine voll umgefallen ja du hast es aber auch voll gekriegt das hat mir voll leid ich sage noch die ganze zeit scheiße weg da und dann will ich ballern und habe keine meine knarre nicht aufgeladen ich wollte ihm gerade mit fernrohr eingeben ich brenne schon wieder das gibt es doch gar nicht jetzt muss aber mal nachladen das fängt ja gut an ja wie sich das gehört ja auf jeden fall eine saatmutter die schreit auch schon im hintergrund ja also scheiße ich habe auch schon wieder ein balken weniger ich habe geschossen das war aber ich habe nur noch die holzspäne um mich rumfliegen sehen so kommen wir mal hinterher oh big daddy hier mit seinen fetten maden er ist so widerlich ja überall kommen die raus blutegel oder so was ist das denn das habe ich ja noch nie gesehen hier alter ist er beim malen gestorben oder er sieht so aus alter krass oh die sind aber fix fix unterwegs so ich habe mal mit blenden aktionismus die saatmutter gestötet das ist sehr gut da hinten ballert auch wieder jemand richtig schnell und ich vermute mal ne wo ist denn jetzt das blaue ach da ich vermute mal dass die auch alle diesen fächer benutzen wahrscheinlich ich habe kein messer hier neben dir ist guck mal hinter dir da ist genau das messer habe ich wieder vergessen ich schlumpf ich verbinde mich hier mal kurz hier gibt es munition oh sehr gut oh hallo munition oh das tat ja richtig gut so jetzt müssen wir mal eine knarre nehmen hier ich lauf dir mal hinterher ja kommen sie mit ich weiß nicht wo ich hingehe das ist immer gut das ist schon geil wenn man überlegt wie sich diese spiele alle entwickelt haben auch so vom prinzip her dieses open world kann es überall rumlaufen und ne wenn du auch so daisy das ist ja quasi hier eine mischung aus so vielen spielen die es wahrscheinlich auch ohne daisy oder so nicht gegeben hätte das ist wohl wahr oder wie heißt denn das andere arma 3 oder so ja genau das ist ja auch so das ist auch wirklich cool es gibt noch so viele sachen die man mal zusammen spielen könnte ja alter wie die rumschreit hallo ok und wo hier oh hier ist auch der entgegene mhm sehr schön jetzt sind wir durch hier oh da ist ne kiste ja oh da oben ist ne saadmuti ok so gekippt na toll so dann können wir ja mal äh genau dann gehen wir mal rein oh ich finde den so widerlich ey ah da ist er doch schon oh alter wie du mich erwischt hast aua schon wieder sorry alter gleich zweimal voll in der Brille so geschossen das war eigentlich gar nicht lustig so friendly fire ey aber vom allerfeinsten oh er hat uns beide erwischt ne mhm ich will mir noch mal so ein Ding hier in die Ecke holen so dann kann ich den nur mal anzünden wenn er kommt der ist aber echt flink unterwegs heute ach hier ist er oh das macht er ja gar nicht was das war sehr gut Mensch bau dich doch mal auf hier du vogel da war ich zu langsam ist nach rechts abgehauen ich bin ich bin ach da kommt er wieder wo es kommen genau, büb dich, kriegst du noch nen bonbon oh oh er hört sich gar nicht mehr auf, dass er oh scheiße gerade wo ich nachladen will ja, der ist so ein bisschen schlauer geworden, habe ich das Gefühl der weiß, wir können ja mal rausrennen ich glaube, ich versuche jetzt mal ein bisschen offensiver zu werden alter, der hat es mir mal gesagt ja, der ist nicht ganz ohne wo ist er denn jetzt schon wieder hin so, bist du genau, du Schleicher ich geh mal hier rum ist hinter dir, glaub ich oder? ne, hier ist er ach, jetzt soll er wieder alle links abgehauen ja, der baut sich ja gar nicht mehr auf ja, jetzt endlich so, jetzt habe ich ihn nachgeladen ja, der hat mich sonst erwischt ja danke ich werde mal nachladen ich werde mal nachladen und dann wir müssen ich werde jetzt echt aufpassen, dass die nicht hörst du das? wenn man springt, wo habe ich drinnen rum? oh ja, ich sehe ihn er ist hier oben er ist im Gebäude scheiße das ist ja mies ich habe mal was reingeworfen ja, er hat gemacht ah hört sich so an, als wenn du ihn erwischt hast ja, ich würde gerne irgendwo hochgehen ah, hier kann man hoch mal kurz hoch und guck es mir mal an warte, wie geil das ist dass er da reingelaufen ist während wir hier draußen den Typen killen wie mutig manche Leute sind ja da kommen wir schlechter der ballert auf ihn äh, nee, das bin ich ich habe zweimal auf ihn geschossen ich muss jetzt gehe erstmal raus hier aber du musst du darfst nicht vergessen ach, da ist der Typ so, ich habe den Typen erschossen ah, super, okay ja, ich dachte so äh, dass der schon durch die, ähm Dynamitstange gestorben hat ich hoffe, der ist der war der Einzige, ne nein, hier ist noch einer hier ist noch einer hier ist noch einer hier ist noch einer er hat mich erschossen hat dich erschossen? ja ist er oben? äh, ja der ist oben scheiße, da war noch einer Mist, warte mal dann komme ich mal nach oben ja, musst du aufpassen ne also, der wird ihn mir jetzt wahrscheinlich auch wiederbeleben dann sind sie jetzt die Zweiten da wo meine Leiche ist da sind die oh, der verbrennt mich gerade Arschloch also so ziehe ich direkt dann wahrscheinlich hier um die Ecke sind sie ok, dann bin ich natürlich ziemlich laut kann ich den hier rein ja, ich springe hier mal rein also, ich denke mal die sind noch draußen, ne nein, draußen nicht drin? ne, meine Leiche liegt auch draußen ah, ok hier ist quasi links um die Ecke da ist er und ja, er hat ihn er hat ihn wiederbelegt scheiße, du zwei keine Chance ja, ja, deswegen aber ist schön